ich habe die arbeit erledigen lassen sagt das noch einmal ja ja aber die die unten jetzt da drin lag ja die hat gesagt besorgt sie hat gesagt ich konnte ich weiß gar nicht annehmen ja dann ist wohl bei dir verpackt das nehme ich mal schwer an entweder verpackt oder ich hätte vielleicht nicht los schicken sollen was machen wir jetzt hat ja nachdem du keine quest macht können wir jetzt aufhören super dann gehen wir mich zur nächsten christ an da drüben da wo der wirbelsturm ist da müssen wir hin welcher wirbelsturm in meiner richtung hinter mir direkt aber ein atompilz ein atompilz ja genau die haben eine atombombe gezogen ah nee ahornholz war da oh ich kann das hacken ahornholz atompilz naja das war am vorbei rennen ja übrigens zeigte mir übrigens zeigte mir da hinten eine quest an ja ich habe eine himmelsscherbe gefunden nein du dreckstack oder ich absorbiere sie gerade boah hoffentlich bleibt sie liegen für mich gehen wir weg jawohl ich hätte mir auch eine gefunden tatsächlich wenn ich gehe mal übelst ab jetzt hat die effekte sind schon schön gemacht ja ich finde die ganze landschaft eigentlich schön gestaltet also du siehst jetzt hier diesen wirbelsturm ja dieses unwetter oder nicht leute seht ihr was bei mir ist herrlichster sonnenschein okay du siehst es auch welcher wirbelsturm sagt noch mal bei mir ist schönster sonnenschein okay dann ich töte die seelie bin vielleicht schaut es bei dir ein bisschen anders aus oh nein der menschstörte braucht heilung ich hab dir mal eine voll verpasst hier und bin dann von der wucht die ich da rausgekommen habe selber zurückflogen okay ich muss irgendein ritual aufhalten ich schätze mal dazu muss ich hier hoch so sieht es gerade aus hast du schon die scherbe gefunden ja ja ich hatte einen hier von denen direkt bei sich super also finde ich schon mal gut wenn du dann schon mal level 3 bis level 4 und ich verdammt blöde holz erhüpfe halt mein junge ich stelle mich mal einfach hier rein ja mach das mal in so ein blitz ist es ein gegner ich weiß nein in welche also für die leute die ist gerade nicht verstehen was er gerade möchte mit diesem blitz hier blitz da und wirbelsturm hier muss ich den magnetstein benutzen da guck mal da ist einer der macht hier so ordentlich unwetter also okay bei mir ist nämlich keiner bei mir ist noch mal wie gesagt schönster sonnenschein kein unwetter bei mir steht auch kein mann hier vielleicht solltest du dann doch nicht so wild alles weg drücken also ich habe ihn jetzt befreit ja ich dann anscheinend auch das denke ich eher nicht er weiß bloß noch nichts von seinem glück und auf dem auf der anderen seite vom schiff ist auch noch so einer okay ja vielleicht hätte der herr kerosin da ein bisschen langsamer machen sollen ja so jetzt kann ich zu dem jetzt ist bei mir auch wieder schönes wetter im übrigen kann zurück zur kapitänsfrau okay das bedeutet nun für die zukunft die quest nimmst du zuerst an und sagst mir dann auch ganz durchdrücken okay nein okay sind wir schon mal einig pass auf pass auf weißt du warum hast du das vielleicht hat es die quest und ich nicht warum weil du von irgendwas gefunden hast was habe ich denn gefunden keine ahnung auf jeden fall war bei dir eine quest zu ende bei mir nämlich nicht was war bei mir eine quest zu ende hast du doch gesagt ich habe hier steuer hat gefunden ich habe es gewusst ich habe es gewusst du hast nämlich keinen losgeschickt ja ich habe das steuer hat ich habe es einmal übelst laufen müssen wir das jetzt noch mal machen du bist doch schlecht ist der wahnsinn ich bin mega schlecht wo muss ich jetzt hin unglaublich ich warum ich frage dich auch noch anstatt dass ich einfach ich weiß es ja eigentlich aber wo hast du das steuer hat hier ich habe es nicht geholt ich habe es holen lassen weil du gesagt hast du bist ja megaschlecht schmeier ich mache das lieber selber das ist falls du mal andere für dich arbeiten lässt also ich bin im übrigen noch hier und töte seewiebern wo ich bin schon fertig meine aric muss mit dem kapitän sprechen der da oben ist aha 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 was ist passiert okay oder hinten ist volles unwetter morlum du musst mehr morlum du musst mir helfen nee ich habe das alles schon mal durchgemacht ich bin damit fertig mit der scheiße hier schon mal jetzt bin ich da unten in so einer kabine im schiff ja ja da liegt jemand da nein ein orkan ja tatsächlich ein orkan was soll ich tun eine scherbe suchen jawohl das tue ich und ich glaube ich muss auf dem schiff auf irgendwelche seiten an drüber niemanden befreien ne 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 komm also komm und da schütze ich das wow weil du mal hin müssen zu dem wirbelsturm siehst du den der ist ja gigantisch äh unterstützt du mich äh gerade nicht ich habe ein level up gehabt ja super genau deswegen frage ich dich ja unterstützt du mich nein ah super ok was habe ich denn hier ist trying so leute jetzt machen wir das ding alleine wenn morlum uns nicht hilft also nachdem du ja hier einen auf dicken heiler macht man ich kann das andere heilen mich selber nicht doch ich kann mich selber heilen sage ich doch ach leute jetzt noch mal zum schiff ja ja na verdammt auf der seite komme ich nicht hoch das ist unglaublich ja unglaublich weil es du einfach nicht auf mich war ist ach jetzt sehe ich auch diesen blitz wo du dich angeblich reingestellt hat ist unglaublich ich habe einen befreit nein doch der ist so vielleicht noch einen zweiten befreien der so zwischen zwei komischen statuen die so und die drachen ausschauen nein jetzt befreit den nächsten bitteschön jetzt steht er soll zurückkehren ach mal umschauen so einfach kann es sein wenn man es richtig macht das ist schon unglaublich ne ich lege jetzt ein mega sprint lege ich jetzt hin in die falsche richtung so ich bin damit können zum kapitel wir können zum kapitän oder warst du das schon natürlich da schießt jemand auf mich kommen mit helfen mir auf mich schießt auch irgendwas glaube ich ja und ich bin fast da und wo bist du denn da die habe ich doch gerade erst umgebracht die beiden weil ich der mega heiler bin ich bin der mega lebensretter scheint mir also so so jetzt aber können wir jetzt los von mir aus ja mein inventar ist bald voll mal schauen ob ich einen finde dem ich was für checken kann ich möchte mal kurz betonen falls jemand jetzt vorgespult hat und denkt sich ja ich hab sie in der schaue gerade eben habt ihr das da schon mal gemacht ja dem rollen hat einen kleinen fehler gemacht wir mussten das ganze wiederholen ach scheiße der kapitän ist ja da oben apropos kleiner fehler mensch und dann noch runter geflogen so eine stolperfalle hier das ding hoch zum kapitän einmal jawohl ich habe alles aufgehalten ich bin der king boah und level up das bedeutet hast du dich schon 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 hast du das zeug gemacht also den hinweis kenne ich schon ich investiere ein bisschen in magie mana bei mir liest du ein buch und ich bin halt ich bin halt gebildet ja genau ich glaube ja du suchst die bilder in dem buch also früher war aber asterix und obelix aber viel mehr zeichnung dabei wo ungefähr siehst du siehst du aus was kann ich jetzt da machen ihr stürmt auf euren ziel und greift an wo durch ihren 19 normalen schaden verursacht und garantiert kritisch trifft oh das ist geil das nehme ich jawohl ja als heiler musst du immer schön schaden machen ich bin ja beides ich bin ja beides ja natürlich ich bin ja heiler und damit steht ich bin ein templar okay wir können los von mir aus ich laufe dir gerade schon hinterher ja ja da bist du ja ich finde es also ich muss ehrlich sagen ich finde an der steuerung ein bisschen blöd dass ich nicht die möglichkeit habe irgendwie noch mit der maus ein bisschen zu klicken weil schon diese fertigkeiten weil jetzt laufen und gleichzeitig auf die 2 drücken und auf die 1 drücken hier das ist ein bisschen blöd ach so meinst du ja 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 verstehst was ich meine ja diesen bw stil der fehlt mir hier ein bisschen ja gut aber das geht halt aufgrund von dem kampfsystem nicht weil du es ja weil du ja den gegner anvisieren musst ja ich kann deswegen ja trotzdem anvisieren ja wie denn dann wenn du anvisieren und dann mit der maus wieder runter auf die fähigkeit ne aber es muss halt schnell gehen aha ja wir laufen jetzt im kreis komm wir laufen jetzt irgendwo hin wo wir hin müssen ich glaube wir müssen wieder in die höhle rein was machen wir mal ein map auf wir müssen den tempel der trauernden quellen untersuchen ich muss der tempel des dunklen mondes der ist direkt vor uns da musst du hin ne aber das zeugt er mir gerade an ja weil der vor uns ist ok dann gehe ich wieder raus dann sag du woran ich denke wir müssen tatsächlich einfach ähm halt doch die schnauze ja laufen und gucken drauf dreck sau steckt da gleich den kolben sonst wo hin ja ja ah also jetzt wird es mir auf der karte angezeigt das ist ein ganzes stück ja dann laufen wir mal los komm dann können die leute die uns zuschauen jetzt läufst du auch in die höhle ne ne ich wollte wir müssen auch so schau mal ich laufe so schnell dass hinter mir sogar staub auf auf wirbelt das ja das heißt du staubst wahrscheinlich ne da ist einer da liegt was am boden ja untersuchen ein abschiedsumblär dann kann man auch aha gut hau mal ab sehr interessant mhm also mir nach du vogel was ist denn da oben was soll denn da oben sein ich hab's erschossen ein vogel na das war was ganz komisch das war gefährlich das war tödlich ja deswegen war es mit einem schuss kaputt ja du weißt ja nicht wie fest ich schießen kann da war irgendwas mit eee schmetterlinge ja du kannst schmetterlinge aufsammeln ach gott wie süß ich hab einen ich nehm auch einen mit vielleicht bring dir Glück ja aber du nimmst insekten teile mit weißt du ich dachte ich hab jetzt schmetterlinge im bauch willst oh wollen wir jagen gehen ja wir können den leuten alles zeigen übrigens total cool es fängt einfach mal mitten im spiel das regnen an bei dir vielleicht bei dir nicht nein lass mir mal kurz nicht 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 boah geh ich mal übelst ab ja Hammer na den hab ich einstecken dann haben wir oh mein Gott du bist doch die Lust von uns beiden hier die Tussi du machst Zeug was ich mach Zeug? ne da runter springen die Klippe oh die schaut ein wenig asiatisch aus hier so wie so Reisernbau ja stimmt find ich aber schön also auch hier wieder ich find die Grafik eigentlich die gefällt mir echt gut mittlerweile so die Anfangs das Anfangsgebiet jetzt da dieses Gefängnis gut aber es ist halt auch ein Gefängnis das fand ich sehr ja nicht unbunt unbunt fand ich das unbunt und ich find's aber auch schön dass es nicht zu bunt ist hier draußen in welchem Spiel war das in welchem Spiel war das so extrem ne Quatsch in welchem also ich fand's in Aion so ach stimmt Aion war genau so bunt und ähm ja also mir gefällt das hier gut das ist halt äh ohne Katze von den Farben her realistischer gehalten aber ich find's wirklich doof ich komm hier wenn ich so lauf und will gleichzeitig äh zum Beispiel noch sprinten so wie jetzt hat und noch auf die zwei drücken dann werden sie mir die Finger zu kurz echt ne aber hallo ne ja ja das ist blöd hast du echt ups das ist ein bisschen ungewohnt das müsste man vielleicht ein bisschen anders legen man kann ja gewisse Sachen auf R legen hast du das gesehen? was hab ich gesehen? äh du kannst auf dem Buchstaben R kannst du noch was legen da kommst du schneller hin so was wie das anspringen bei mir jetzt wird das Sinn machen oder so eine Notheilung vielleicht da oh da ist er ne die will was achso ich wollte ja gerade auf die Mütze hauen also was ist in Ordnung Leben meines Meisters ist in Gefahr ich teile die Explosion ah okay ich komme okay man kann los ah okay ich weiß jetzt immer wenn dieses nein also so rohle Schrift noch kommt dann fange ich auf zu drücken dann lese ich in dem Fall einfach los ist das jemand den ich umpumpen kann oh kann ich gar nicht anstürmen also ihr soll nicht Tempel noch untersuchen da ist so eine fette Krabbe oh der ist vor das Skelettkriege zack oh ich hab mich mit dem falschen unterhalten ach das bist du nee das bist du nicht ach die der verfolgt mich äh du gehst schon mal weiter ja nein wo bist du na ich kämpfe ja warum ich bin grad so schnell die Treppen runtergelaufen dass er runtergesprungen ist und das ist immer schlecht hier ist die Jute wächst hier die Jute das ist ja ne Jute hast du jetzt gelesen was wir killen müssen da ist noch ne Scherbe oh ja du bist ja immer sauschlecht du bist ja immer sauschlecht ja du hast den anderen auch nicht gesehen ja weil ich nicht wusste yeah Fertigkeitspunkt ging mit K investier mir in in ich will ja nichts sagen mich greift da jemand an ja mich auch naja mach ich mal weg hier zack so ich hab das mal gemacht ja du hast es gemacht auf Kuh kannst du auch was legen ähm echt ja also komm mir nach nee jetzt warte jetzt muss ich mal kurz hier meine Fähigkeiten ich Medium leichte Sachen kann ich jetzt tragen okay ich weiß aber nicht ob ich das möchte was hast du genommen erkennst du nicht meine Fähigkeiten nee aber was du genommen hast vom Volk oder nö da hab ich noch gar nichts genommen bis jetzt alles Fähigkeiten ach das ist doch scheiße Handwerk ist auch gelang zweihand gibt's hier falsch verklickt zweihand gibt's auch nichts mehr vielleicht nehme ich was klassenspezifisches durchschlagende Hiebe ach komm kack drauf ja genau hier warte mal nee warte ich hab jetzt hier aber auf Kuh kann ich nix legen und auf Erde auch nicht ja ja okay ich bin soweit sieht nicht so aus bei mir blätterst du noch ein Buch ja ja ist ja gut ich wollte den Leuten auch mal was zeigen zack 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 komm los auf geht's weiter hier da ist ein Skelett ich kann nicht halten da kann man reden ja ich hab schon mit ihm gesprochen ach so ja okay du hast also mit ihm schon gesprochen na dann gehen wir noch mal weiter ja du bist verschwunden du bist verschwunden jetzt bist du wieder da wow schau mal da macht er da musst du rausgehen na schau mal her da muss ich nirgendwo hingehen wenn ich den umhau der hat aber geschossen ja ich sag zu dem wo er hinzugehen hat und nicht er mir ich bin hier der ja ist ja klar du steuerst es der Retter der Welt ja schau mal her die haben schon alle aufgeräumt du bist vielleicht der Arsch der Welt naja am Arsch der Welt bin ich hier müssen wir hinschauen ja wir müssen diesen ersten Schutzzauber aufheben einfach mal so ein bisschen ja einfach mal ein bisschen winken abgeschlossen hast du gesehen ein bisschen mit der Hand winken hier zack zack und weiter geht's ja auf die andere Seite noch rüber boah was schießt denn da boah da schießt einer den mach ich weg ach ne der gehört ja gar nicht zu uns boah jetzt hast du es gesehen haben vorbeilaufen das war wie mit dem Baseballschläger boah jetzt wurde ich getroffen ach du bist ja mal mega schlecht und wenn der da kämpft und den dann einfach tötet ich kann nicht sprinten ich kann nicht sprinten und gleichzeitig dann anstürmen ja dann lass es doch ja wir müssen langsam laufen oh den einen mach ich weg den mach ich weg boah bin ich übelst gut ey also ich hab ihn erschossen aber nicht meinen oder? doch so ich wisch hier auch mal schnell durchs Blut ach du ah warte 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 du Hund ich bin noch gar nicht so weit ich hab hier noch äh die Welt von einem Skelett befreit hier winke 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 ah der hat gewunken zu sich weißt du schon so ach der ruft der ruft hier die zu sich her weißt du schon so komm Alter mach mal das Ding ja mach sauber jetzt mach sauber hier so der Tempel der Eingang ist auf wir können rein Blut hier noch schnell zack zack und Rind Rindor 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 oh bist du schon rein? ja okay warte stopp ich mach mal kurz ich mach mal ganz kurz Cut okay